ARD Text im Auftrag von Funk Hi. Hey. Wie geht's dir? Was machen wir denn jetzt mit der Katze? Ich weiß nicht, aber ins Tierheim soll sie nicht. Aber dann kann ich ja vielleicht gar nicht mehr nach Hause. Du willst doch sowieso nach England. Ah ja. Stimmt. Vielleicht kann ich ja bis dahin hier in der Klinik bleiben. Kann ich ja gleich mal nachfragen. Warum ziehst du nicht mit Schrödinger zu deinen Eltern? Du wolltest ihn doch unbedingt aufnehmen. Hä? Bin ich jetzt schuld daran, dass du dich infiziert hast, oder was? Nee. So ein Quatsch, das sag ich gar nicht. Scheiße. Streiten wir schon wieder. Ich will nicht, dass wir uns trennen. Aber du willst doch unbedingt weg von mir. Überhaupt nicht. Aber ich bin mein ganzes Leben lang schon hier und ich muss mal was Neues von der Welt sehen. Das ist vielleicht die letzte Chance. Wenn wir mal Kinder haben, dann geht das nicht mehr so leicht. Aber ohne dich gehe ich nicht nach England. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Ich muss jetzt zu Doktor von Arnstedt. Kontrolluntersuchung. Kommst du danach wieder? Mhm. Ja. Ja. Ja.